Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rayman Legends. Ja, wir haben wieder mal was freigespielt und zwar bei den Challenges müsste ich jetzt theoretisch, jawohl, habe ich mir beinahe gedacht, die wöchentliche Herausforderung machen können. Und ja, hier geht es wieder richtig zur Sache bei mir zu Hause, die blöden Kater sind wieder da. Wir gucken uns einfach mal einmal die wöchentliche Herausforderung an, weil das hatten wir ja bisher noch nicht. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Da steht, wie viel Zeit wir noch haben und irgendwie einen Meter müssen wir kriegen, wenn ich das richtig auf der Anzeigetafel sehe. Gucken. Äh, wöchentliche Herausforderung, komme so weit wie du kannst. Okay. Gucken wir doch einfach mal. Bisher. Bisher, kein Problem. Wow. Sehr schön, das klappt auch. Also gefällt mir bisher sehr gut, sehr gut. Erinnert auch teilweise. Sehr schön, das hat auch geklappt. Nein! Boah. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Nach oben. Dadurch. Dadurch. Auch das hat geklappt. Wow. Wow, Gott sei Dank. Sehr schön. Ich mache es einfach mal so weit, wie ich komme. Gucken wir mal. Sehr schön. Oh nein, scheiße. Ah, 500 Meter nur. Ist auch nur eine Bronze-Medaille. Ja gut, das werde ich auf jeden Fall auch. Dann offscreen nochmal ein paar Mal testen, wie das so läuft, wie weit ich da noch kommen kann und alles. Aber bisher muss ich sagen, macht das echt Spaß. Also die wöchentlichen Herausforderungen sind schon echt der Hammer. 800 Meter, 1000 Meter. Oh, da ist einiges, was man machen kann. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, da nach Rekorden zu jagen und sowas alles. Und ich bin ja sowieso so ein Rekordjäger und Erfolgsjäger. Wisst ihr aus meinen anderen Let's Plays mittlerweile. Und ich würde sagen, wir gehen wieder nach Tiny's in Trouble und machen dort das nächste Level. Bisher haben wir ja alles zu 100% geschafft. Und was haben wir da? Treibsand ist die nächste Mission. Drei, drei Totenköpfe, das heißt, es ist gar nicht so, mein Gott. Es ist gar nicht so einfach und wir haben es sogar noch gekriegt. Okay, bisher ist es noch kein Treibsand. Was haben wir denn hier? Was macht der denn? Wie, jetzt haben wir nicht, ich muss den einen fangen. Äh, ja. Ah, okay. Weiter, 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 weiter. Wow, da war auch, da war aber Hasha. Ich blicke hier gerade gar nicht so durch, was ich überhaupt machen muss. Das ist schon sehr katastrophal. Ach du Heidia. Wie soll man hier denn alles kriegen? Ja gut, das kann man eigentlich schon vergessen, dass ich hier alles bekomme. So, den haben wir wenigstens wenigstens mal einen bekommen Den haben wir aufbekommen Jetzt müssen wir hier raus und weiter rennen Ach du heile, was geht denn hier ab? Heiligsblechle Und dann hier raus, denke ich mal Jawohl, war eine gute Idee Dann wieder rein Ach man, musst du mir dann abhauen Wo geht's jetzt lang? Hier geht's weiter Da, äh, okay Ist der weg? Scheiße, was ist, aber was ein Level Jetzt weiß ich auch, warum das Treibsand heißt Okay, hier einmal hoch Dann da lang Einmal den hämmern Und nicht sterben, bitte Gut, das klappt alles hervorragend Den haben wir auch gekriegt Den kriegen wir auch Ah, scheiße, den kriegen wir natürlich wieder nicht So ein Mist So, hier weiter Da hoch Den einmal einsammeln Und Den einsammeln Da hoch Den krieg ich aber diesmal Jawohl Die kriegen wir auch Und dann müssen wir hier aber weiterlaufen Ach du Heiliger Was war denn das? Okay, jetzt weiß ich auch, warum das ein anderer Schwierigkeitsgrad ist So, das klappt soweit Was müssen wir jetzt? Äh, ja Ich laufe einfach mal weiter Da haben wir auf jeden Fall was Oh, wir haben jemanden befreit Oder wird die jetzt wieder gemobst? Ne, der wird nicht gemobst Wird einfach nur einmal beschimpft Was? Was? Das war das Level? Äh Ja Da Da fehlt einiges in dem Level Wir haben nicht mal das Rubbeldose freigekriegt Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ja gut, das Level hebe ich mir auf jeden Fall dann für später nochmal auf Oder halt für Offscreen Ich weiß es nicht Schreibt doch einfach in die Kommentare Ob ich das alles Onscreen machen soll Ob, oder ob euch das dann langweilen würde Was hast du denn da? Du hast Nachrichten in deinem Koffer Öffne ihn Ihn jetzt mit Y Um zu Um sie zu lesen Und deine freigeschalteten Inhalte zu sehen Probier es jetzt aus Dann würde ich sagen Drück ich mal Y Was haben wir denn da? Hin da Zum Neuest zurück zu den Ursprüngen Gemälde freigeschaltet Aha Neue Tür freigeschaltet Okay Ist ja interessant Da muss ich mal eben kurz gucken Gehen wir mal rein Und gucken mal was wir da freigeschaltet haben sollen Back to Origins Nö Das ist immer noch das alte Weil ich da noch nicht reingegangen bin Okay Dann Ist das ein bisschen verwirrend Würde ich sagen Machen wir Tiny's in Trouble weiter Und gucken uns mal das nächste Level an Wenn da noch so viel Zeit ist Treibsand war jetzt Naja Was sage ich da am besten zu Wir haben auf jeden Fall schon den ersten verpasst Und Ja Wir haben so ziemlich alles verpasst Was man da verpassen kann Wir brauchen 60 Looms Um hier durchzukommen Ich bin hinter dieser Tür eingesperrt Bitte Ich brauche deine Hilfe Ja Ich versuche auf jeden Fall dich da rauszuholen Allerdings Haben wir hier das nächste Level So schießt man einen Drachen Dann würde ich mal gucken Was wir da überhaupt machen müssen Hört sich ja auf jeden Fall Interessant an Ob das jetzt schon ein Bosskampf ist Oder was Man weiß es nicht Okay Das klappt soweit Dich auch einmal weghauen Oh 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 Und da kommt auch wieder unsere Fliege zum Einsatz Die Mümse haben wir auf jeden Fall schon verpasst Okay Okay da oben ist nichts Unten scheint auch nichts zu sein Den heben wir mal weg Und jetzt ist jetzt die Frage Wie machen wir das jetzt am besten Ah okay Ja super Äh Moment Nochmal wieder dahin Irgendwo ruft einer Das hört sich schon fast da Ne da unten kann nichts sein Komm mal her Mach uns mal den Ist hier was Jau Tatsächlich Ich wusste dass ich da irgendwas gesehen hatte Aber ich bin mir nicht ganz sicher Ob das so richtig war Äh Jetzt muss ich aber erstmal gucken Wie ich das jetzt am besten mache Hm Ah okay Wir können das drehen Ich dachte ich drehe mich dann mit Okay dann habe ich nichts gesagt Dann einmal da drüber Da hoch Äh Einmal so Und Wir haben den kleinen Lingen gerettet Die Königin Heiligsmittel Ist ganz schön anstrengend Das Spiel Vor allen Dingen Da zu kommentieren Und da gleichzeitig gut zu spielen Also das ist gar nicht so einfach Bei Rayman Das habe ich auch schon Bei Rayman Origins Gemerkt Dass das gar nicht so einfach ist So Fahr mal hoch Danke Ah scheiße So Wie komme ich da jetzt weiter Ah okay Hochfahren So klappt das Oh Entschuldigung Da musste ich einmal niesen Ah Heiligsbleche Da schlägt der Heuschnupfen Wieder zu So Da nach oben Ich meine ich hätte gerade was gehört Nein Habe ich nicht gerade was schreien gehört Ja ich höre was Nur wo Ich höre es schreien Aber ich weiß nicht wo Kann man da runter Ne kann man nicht Schade ein Versuch war es wert Gehen wir hier einfach mal weiter Hoffen drauf Dass wir da nichts verpasst haben Da Ah okay Jetzt weiß ich was wir da gehört haben Sehr schön Dann war der das Der da gerade geschrien hat Und wir haben bisher noch alles gefunden So den Haune hämmern wir da auch weg Da gehen wir natürlich erst nach oben Weil da Weiß man jetzt schon Dass da was ist Genau Das ist immer ziemlich offensichtlich Zumindest im Moment Ach du Heiliger Herr Gesangsverein Äh Einmal so durch Würde ich theoretisch Sagen Dann Einmal dahin Und Fallen lassen Dann weiter drehen Sehr schön Äh Ja Au 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 a Na au Das war Das war ja wieder Keine Glanzleistung Die ich da abgegeben hab Da muss ich Muss ich Mich ein bisschen zurechtfinden noch So auf jeden Fall hier runter Das haben wir ja Na bravo Das war ja wieder Sensationell Das war wieder Die absolute beste Leistung Die ich jemals gebracht habe So Dann würde ich schon fast sagen Drehen wir es einfach mal so rum Das sieht wie ein Plan aus Da dran Ach du Heilige Ach du Heilige So Jetzt müssen wir nur gerade durchfallen Sehr schön Äh Ja Jetzt ist die Frage Wie mach ich das Ja War richtig Wir haben den kleinen Befreit Den König Aller kleinen Dinge Und jetzt müssen wir sehen Dass wir das Level langsam beenden Ja Ist schon recht kompliziert Muss ich sagen Wir haben erst zwei Stück gefunden Das ist ja krank So Da mal runter Sehr schön Den haben wir Das heißt Jetzt gehen wir hoch Spring da einmal drauf Spring da drauf Er will wieder Gekitzelt werden Und Hier runter Oh shit Nein Nein Verdammt 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 Okay Wegtreten Drauf springen Sehr schön Den kriegen wir auch Jawohl Damit haben wir schon mal Vier von den Kleinen Kleinen So Den wegtreten Den einmal runter Ballern Und hier Einmal Runter Oh Da kommt glaube ich Gleich Lava So wie es ausschaut Äh Ja Weg da Nein Scheiße Au Kacke Au Da hätte ich erst Den Den Frosch Rüberholen müssen Und dann Darunter Gesollt Okay Machen wir das Ganze nochmal So Das klappt Ja Soweit Ja Da kommt die Lava So Einmal so Dann einmal so Einmal so Sehr schön Zu Tode Kitzeln Runterfallen Ich hasse Ich hasse ja solche Level Wo die mit Stress Verbunden Sind So Bis dahin Klappt das Den haben wir auch noch gekriegt Sehr schön Sehr schön Oh Ich wollte gerade schon gesagt haben Was war das jetzt Ich dachte der Typ Der macht das wieder kaputt So Da einmal hoch Jetzt ist die Frage Oben lang Ja Oben lang Sieht gut aus Haben wir die schon mal gerettet Dann gehen wir hier weiter Darunter Den haben wir auch So Bis dahin klappt das soweit Was Halt Moment Stopp Äh Nein Kacke Da haben wir einen verpasst Verdammt Weil ich da wieder zu schnell war Y Was soll ich Was 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 war das denn Okay Das klappt soweit Und Da sind wir an unserem Ziel angekommen Denke ich mal Ach mit rennen Okay Ach du heiliger Er macht seine Seinen Gefährt wieder heile Den haben wir ja vorhin Einmal Verfolgt Das wird diesmal ein recht langer Part So Rennen wir mal hinterher Was 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 Okay Da würde ich sagen Machen wir im nächsten Part hier weiter Weil sonst wird der Part wirklich viel zu lang Die siebzeineinhalb Minuten haben wir jetzt schon Ich hoffe bis hierhin hat euch das Let's Play gefallen Und ihr schaut morgen wieder rein Wenn es heißt Let's Play Rayman Legends Ich bin der Crazy Bane Und Bin Raus Ciao